Es gibt viele Fälle, wo Augenlaserchirurgie mit der Linsenimplantation ziemlich gleiche Wertigkeit hat. Aber es gibt auch Fälle, wo die ICL eine bessere Option ist als eine Augenlaseroperation und es gibt auch Fälle, wo eine Augenlaseroperation nicht möglich ist und nur eine Linsenimplantation die einzige Wahl ist. Und alles das müssen wir in Betracht ziehen, um auf die Sicherheit zu achten und auf die Präzision der Behandlung. Es gibt einige Fälle, wo die ICL der Augenlaserchirurgie zu bevorziehen ist. Zum Beispiel bei Korrektur von höheren Sehfehlern. Bei Korrektur von höheren Sehfehlern müssen wir auch auf die optische Qualität achten und diese ist besser bei Implantation einer Faktenlinse. Es gibt natürlich immer wieder ein paar medizinische Indikationen oder Feinheiten, welche man jetzt nicht grob zusammenfassen kann, wo die ICL mehr Vorteile hat als die Augenlaserchirurgie. Und das können wir gemeinsam bei der Voruntersuchung uns anschauen und miteinander entscheiden, was ist für den Patienten die bessere Lösung und wieso das die bessere Lösung ist.